hallo und herzlich willkommen leute zu einer runde bauernkämpfe also zu adventskalender turnier nummer 18 wenn ich mich nicht irre bauernkämpfe ja was ist bauernkämpfe wer uns von unserem alten kanal noch kennt der müsste das wissen aber bauernkämpfe ist sowas wie rush nur müssen wir zwischendurch also wir haben so eine plattform die ihr dann später sehen wird da müssen wir dann gras einbauen und ist dir eigentlich mal aufgefallen dass wir irgendwie in jeder map wo glas blöcke sind dass wir die glas blöcke kaputt machen wir machen alles kaputt bei walls bei was weiß ich wo ist geil naja auf jeden fall habt ihr es da unten schon gesehen warte vielleicht seht ihr es ja gleich noch mal da lol wie viele monster da sind ja dann lass difficulty null hatten wir am letzten mal glaube ich auch oder nee hatten wir nicht hatten wir nicht wir haben aber anders gesetzt dann wegen dem essen musst du auch essen naja auf jeden fall müssen wir da das halt bepflanzen und dann spawner schweine und durch schweinefleisch kann man sich noch bessere waffen holen und dann muss man halt den gegner töten und dann später obsidian block auf der anderen seite spawnen und das war jetzt unfaire gut gut go aber man wird ja direkt da eingedings so ich dachte man muss wir auf den anderen warten ja ok na dann sorry das ist wichtig du stirbst tut mir leid du bist ein hu du kannst mir verzeihen nein aber cool finde ich auch dass das eine deutsche map ist ja 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 ich meine deutschen sind ja sowieso pro ja wir sind die Welt stehen von den Würmer rechts ist keine Richtung rechts ist eine Einstellung das heißt man das hübschen so von den kurz konackel was die eine ist neuer ich hab eine grüne Wolle grün ach äh wollen wir wieder machen dass man sich kisten machen darf jo ok Jan Jan Japani Merzki äh nicht vergessen die Schneebeine nicht kaufen weil die nicht funktionieren äh was ist da los ah ja 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 ich verstehe schon was du meinst ja ich aber nicht wenn du denkst du bist ein Voridio dann hast du ganz doll recht ach du hast doch gelitten ach du hast doch gelitten ach du kennst das von mir ich sing oft ja und auch total hübsch ja und auch total hübsch alter du hast einfach mal die ganze du hattest recht das war einfach nur immer das gleiche ja sag ich doch und ich musste später mir das lachen verkneifen ne ja und ich hab eine eins bekommen und der andere Lena hat mich auch reingeschrieben und hat gesagt wie heißt das Lied ich find das voll toll echt ja also nein wirklich ohne Witz jetzt ok wow 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 Bruder du bist der Beste du weißt alter du verdienst einfach mal so einen Nobelpreis ich bin ne Pro du bist ne Pro weißt du noch wie wir letztes mal gezockt haben und ich hatte einfach mal früher als du n Rasen aber du hast mir einfach mal ein erstes Schwein geklaut und dann hab ich mir so gedacht der muss sterben töte dich bevor er Kinder legt ey bevor er Kinder legt ah heute ist wieder sowas von Fail Aufnahme ne ich muss euch erzählen eben grade meinte Tobi so oh ja meine Hände muss runterfallen von der Heizung das hat sich einfach angehört wie als wenn da ganz viele Töpfe runterfallen oder sowas dein Oma hat sich auch angehört als wenn da ganz viele Töpfe runterfallen oder sowas dein Oma hat sich auch angehört als wenn da ganz viele Töpfe runterfallen ja ich weiß ich bin witzig na 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 bei den Dorfbewohnern ja aber bei welchem bei den Hübschen bei den Hübschen bei den alle gleiche dann müssen wir jetzt wieder hier füge ich wieder ein Badumz ein müssen wir eine difficulty machen nein sei ruhig Badumz so ich ich hab mir diese Hintergrundeffekte die hab ich auch von Uli bekommen sind ganz lustig für mich ab und zu man soll es nicht übertreiben na dann übertreib es nicht übertreib nicht digger nur weil du Wurst hast Tobi, Lino. Ey, wie ich das immer mit deinem Nachnamen machen will, ne? Dein Nachnamen und dann dieses Lino-Rangefliegen. Ja, ich hab da einen Zombie gesehen und dann dachte so, was? Matze? Seit wann hast du das? Hast du einen Real-Life-Skill? Heut des Tag geschlechten Witze. Fand ich jetzt nicht fies. Gibt's ja auch eine Spitzsacke? Nein! Nein! Bäm! Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Bäm! Ach, der hat bestimmt ein Schwein oder sowas. Ich hab einen Creeper gehabt. Achso, na dann. Das ist ja fast das gleiche. Creeper sind ja aus Schweinen entstanden. Ja, aber du bist gay. Na, ich verheiß. Ok, ich mach mir jetzt erstmal ne Truhe. So, was mach ich denn jetzt? Andere kostet alles Dingsbums. Das will ich doch nicht haben. Los, verbreite dich! Rasen, verbreite dich! Du hast jetzt erst Rasen gesetzt? Nein, aber er soll sich schneller verbreiten. Ja, ne? Braucht ja schon lange. Essen, jetzt komm! Essen, Essen. Ach, hier gibt es Essen. Oh mein Schwein! So Leute, da bin ich wieder. Ich muss den Körper kurz husten. Also mein erster Schwein ist gespawnt. Ja, sehr schön. Feier ich. Erster Schwein ist gespawnt. Mathe? Jaaaa. Erster Schwein ist gespawnt. Ich habe ihn verstanden, den er gibt. Nein. Nein. Nein, einfach Toilettenpapier. Boah, Junge! Klopfen gegen den PC. Das hört sich immer so geil an. Nein. Ich höre ihn gerade aber selber auch. Sei leise! Sabrina. Sabrina? Was? Ich würde sagen, die Schilder unten in meinem Obsidian dürfen wir nicht abbauen. Weil du das hast das letzte Mal gemacht und du musst dich erst mal suchen. Die habe ich schon abgebaut. Ich baue meine nicht ab. Es wäre nett, wenn du deine auch nicht abbaust. Ich habe die schon abgebaut. Ja, wenn du die dann wieder hinbaust oder sowas. Ne, geht nicht mehr. Volles Stück Scheiße. Ja, geht wirklich nicht mehr. Außerdem brauchst du es ja nur abbauen, was da in dieser Abkerbung ist. Ja, okay. So, was hatte ich denn jetzt? Achso, ja. Das hatte ich vor. So. Ich bin gerade nur total auf Defensive aus, ne? Weil letztes Mal hast du ja da gewollt. Und naja. So, ich denke eins brauche ich nur noch oder so. Okay, Schweine jetzt kommt her! Hier ist schon genug Rasen. Ja, aber bei mir auch, ey. Und ich habe schon Schweine. Ja! Schwein! Scheiße. Ich hoffe mal, dass da ein Schwein ist. Und? Jawohl. Ich fühle mich gerade so toll. Ah, fuck. Tut mir leid, liebe Schwein. Nein, du begehst nicht Suizid. Das wäre geil. Sorry wegen Klicken, Leute. Okay, dankeschön für das Fleisch, liebes Schweinchen. So, dann kaufe ich mir das hier. So, dafür brauche ich... Okay, naja. Nein, Schwein, du bist auch nicht Suizid. Ah, nee, es gibt jetzt Bratsch... Bratfleisch, scheiße. Ah, ha. Okay, dann muss ich mir eine andere holen. Na, dann ruhig mir die Fizien leben. Bratschwein. Bratschwein. Bratschwein, die Hacke von Opa. Junge, der stirbt auch nicht viel schneller durch die Hacke. Der hat nicht mal was... Ach, doch, hat er. Oh, Schweinchen spawnt. Ja, ja, schweig. Dankeschön. Die Schweine sollen schneller spawnen. Ja, diese stimmt. Diese würden wirklich immer schneller spawnen. Du gehst aber wirklich voll auf Defensive. Letztes Mal warst du jetzt schon lange hier drüben. Nein. Woher willst du das wissen, hm? Ich weiß es halt. Junge, hässliche Fliege. Verpiss dich. Junge, wie die einfach alles so verdammt dicht am Rand stehen. So, geht doch. Nein, du bleibst hier. Ja, doof wie doof man schwein. Bam, 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 bam. So, dankeschön. So, du darfst auch noch. Dankeschön. Oh, jetzt rauschst du aber gerade, muss ich sagen. Na, echt okay. Allheilmittel. Ja, normal. Ja, normal. So, ich glaube, jetzt ist es einigermaßen gesichert bei mir. Wir hätten kein Stückchen. Oh, Mann, Schwein, steh doch nicht genau an der Ecke. Ja, das ist immer so. Stirb. Ich fall schon selber runter, wenn ich das Schwein schlage, ey. Das ist ja normal. Aber jetzt spawnen ganz schön viele. Das finde ich gut. Wo kommt, wo sollst du hier bitte Smaragd herbekommen? Ja, die kannst du dir manchmal leisten, so. Ah, scheiße, jetzt habe ich zu wenig Diamanten. Geht mir genauso. Ich habe dir die ganze Zeit für andere Scheiße ausgegeben. Ja, ich aber auch, Alter. Alter, die Schweine denken sich einfach YOLO. Ich will hier weg. Ich will Suizid begehen. Junge, was tust du da zum Teufel? Was denn? Du baust einfach der ganze Haus um. Dürfen wir von den anderen an die Kisten? Nee. Ich würde Nein sagen, haben wir letztes Mal auch so gemacht. Okay. So, und hättest deine jetzt versteckt, oder wie? Jo. Ich weiß noch, wie du letztes Mal in dem Video alles in so eine Ecke gebrochen hast. Lieb mal nicht rum. Weißt du was? Das ist jetzt nicht sein Ernst. Scheiße! Scheiße! Spieler P. Okay. Ich habe jetzt einfach mein Schwein untergeschützt, weil die immer so nah anerkannte stehen. Ich weiß doch, die wollen's. Tobi, ich habe Angst, ich weiß nicht, was du da tust. Ach, Katze, ich liebe dich. Ich mich auch. Ich mich auch. Ah, ne, ich kann nicht töten, du stehst nicht nah dran. Kann es sein, dass sie keine Haltbarkeit verlieren? Hacke von Opa! Danke, Opa! Da steht er. Ey, langsam ist bei mir alles rasend, das finde ich cool. Bei mir noch nicht. Aber ich konzentriere mich jetzt erstmal noch nicht da drauf. Äh, gut. Ja, langsam brauche ich auch kein Fleisch mehr. Ich verfolge jetzt meinen Plan, nämlich. Habe ich langsam ein paar PvP-Skills. Ja, glaube ich ja nicht. Und ich werde jetzt was ganz cooles machen. Jedenfalls, wenn ich genug Materialien dafür habe. Jetzt! Hör doch mal auf! Hörst du jetzt mal auf damit? Nein! Verarscht! Ich hab grad was gegraben. Ach, du baust dich grad rüber. Nein! Nein! Ja! Nein, wie kommst du denn da drauf? Lieb doch nicht da rum! Gibt's hier eigentlich Bögen? Ich glaube nicht, oder? Ja! Gibt's hier eigentlich Bögen? Okay. Mhm. Mmh? Vielen Dank. Ich glaube, ich sehe schon wieder die Blöcke bei dir nicht. Doch. Ich reconnecte mal ganz kurz, okay? Nein. Wieder da. Ja, jetzt sehe ich die Blöcke. Was du da machst, Alter. Ich hole mir hier den ganzen Staff, der hier in der Mitte rumlungert. Können wir vielleicht Tag machen? Ich habe keine Lust auf den Monster. Ja, mach Tag. Time, Slides, Day. Oh, da ist einfach mein Zombie bei mir. Oh, schöne Aussicht. Wie da alles abfackelt. Ach, du hast hinter dir alles in Brand gesetzt? Nein. Die ganzen Zombies werden... Ach, wo meinst du das? Hä, wo bist du jetzt? Bist du zurückgelaufen? Nein. Äh, woher hast du Clay? Oder was, äh, mit was machst du es da? Ja, Leenblöcke. Lol, die gibt's? Ja, einfach Quaften von den Ziegeln, die du da bekommst. Ach so. Boah, das ist sogar eine geile Idee. Tja, ich bin halt der, der geile Ideen hat, ne? Ich meine, davon hat man genug. Brauchst du keine Erde kaufen. Ehrlich sowieso nicht. Junge, es gibt! Oh. Schon gut, hat sich erledigt. Ich dachte gerade, du hast mich mit dem Bogen oder sowas abgeschießt. Ich meine ja, natürlich abgeschossen. Oh, ho, ho. Oh, ficktig, so wie ficktig. Äh, so. Ja, warte. Ähm. Jawohl, 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 läuft bei mir. Läuft bei mir. Tobi? Ja? Läuft bei mir. Ich habe Angst vor dir. Ich bin zwar total schlecht ausgerüstet, aber okay. Ich habe trotzdem Angst vor dir. Ach, brauchst du dich. Hm. Hm. Wo bist du gerade? Ach, da hinten. Cool. Vielleicht bin ich da. Vielleicht bin ich aber auch woanders. Äh, das ist so. Ich werde jetzt meinen Plan verwirklichen. Es rauscht gerade wirklich ganz schön. Also, mehr als sonst, muss ich sagen. Okay, das hat gewirkt. Jetzt rauscht es kein Stückchen mehr. Man muss einfach mal hauen, dann rauscht es nicht mehr. Pah, Alter. Pah. Wie die Fresse. Pah. Wie einfach mal alle Schweine. Ach, ja, das geht ja durch Karotten. Was zum Teufel tut er da? Machst du ein Schornstein? Hm. Jetzt sehe ich deine Blöcke gerade nicht. Ja, das ist irgendwie langsam voll verbuggt. So. Gucken wir mal. Pass auf, dass die IP nicht in... Ne, 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 ich hab die versteckt. Das ist so gut. Was machst du da, Alter? Ach so, okay. Zwischendurch mal schauen, ob du durchs Hochbarst, aber das sieht nicht so aus. Ich hab Angst. Ich komm gleich runtergesprungen, Alter. Wird man eigentlich da gespawnt, also wird man jetzt in seinem Haus gespawnt, wenn man stirbt? Ich glaube das schon, ich glaube das war so. Okay. Ah, ich hab jetzt gedacht. Angst. Ich hab gar keine Blöcke mehr, scheiße. Ich hab keine Blöcke mehr. Ich hab keine Blöcke mehr. Ich hab keine Blöcke mehr für mich. gewirkt einfach 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 in generation strengte und ich dann angreifen weil wir sowieso sind weil du sowieso wahrscheinlich keinen hast ich hab mir gedacht ich brauch das nicht du hast jetzt nicht mal spitzhack oder so jetzt kannst du dir alles wieder neu holen was heißt ich hab ja genug ich sehe schon kommen ich verliere wieder aber aber in bauernkämpfe bauernkämpfe mag ich hier hat man so viele möglichkeiten ok so lassen wir einfach noch das holen so ey was so da 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 zur Sicherheit mal da 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 Na, dann mach ich's halt so Bevor ich sonst noch sterbe So, zack, zack Zack Also Jetzt seh ich hier grad nicht durch, welcher Block welcher ist Weil du alles zugebaut hast So, jawoll Hä? Danke Welcher Block ist nun welcher hier? Ich hab keine Ahnung Okay, da hast du's mit Erde gemacht ÄH Du meinst, es ist der, der abgesetzt ist, ne? Äh, nein Doch Nein Störe Ach der Okay Das kann doch nicht dein Ernst sein Das kann doch nicht dein fucking Ernst sein, oder was? Ich hab gewonnen Man Tschüss Untertitelung. BR 2018